Infrastruktur, Eisen, warum kann ich das nicht bauen, wieso? Ach hier, genau, wir wollten ja auch Wege bauen, ne? Wenn wir schon dabei sind. Hallo? Na? So, warte. Man muss das genau anknüpfen, sonst funktioniert das nicht. Na? So, eine Breite mache ich noch. Wir brauchen gleich sowieso Eisen, wir brauchen gleich noch mehr Eisen wie alles andere. Ich glaube, Eisen wird gleich Mangelware werden bei uns. Na, hallo? So. Mache ich noch eine Reihe oder mache ich keine Reihe? Ja, komm, ich mache noch eine Reihe. Oder? Ja, ich glaube, ich mache noch eine Reihe. So. Hallo? Wieso? So, eine Reihe mache ich noch. Nicht genügend Ressourcen. Ich habe es mir gedacht. Boah, ist das geil. Boah, ist das cool. Alter, Schwäde. Das hat so viel mehr wert. Und wenn ich mir vorstelle, jeder kriegt sein. Und der Typ mit dem mit den Fahrzeugen kriegt so Reifenklamotten und all das wird sogar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man noch ein paar mehr, ähm, na sag mal schnell. Ein paar mehr, ähm, Dekorationsklamotten kriegt oder ob das schon alles ist. Ich weiß es gar nicht. Das wird sich dann zeigen. Weil wenn wir noch ein paar finden werden, ist ja nicht so schlimm. Kann man nur noch umbauen. No? Hast du nicht gesehen. Hau ab. Ich habe gesagt, hau ab. Wir sammeln mal wieder Eisen, ne, jede Menge. Und wir müssen gleich, ähm, Dings sammeln gehen. Kohlenstoff. Ich warte mal eben ab. Warte mal. Habt ihr nicht gesehen? Kleinen Moment. Da habe ich doch tatsächlich gerade geschlappert. Man mag es gar nicht glauben. So. Waffenladen auch aufgebraucht. Trifft sich gerade super, weil der Wächter gerade nachguckt. Das heißt, wir können in Ruhe nochmal eben aufladen. Und wir haben hier Eisen en masse. Oh. Hau ab. Wo denn? Wo ist er denn? Ach, die suchen mich doch. So. Wat voor haben, haben wir. Ne, würde ich sagen. Wat voor haben, haben wir. Ich zerstere den ganzen Planeten einfach nur für meinen Basis. Das ist mir so egal. Das ist mir... Wächter Kampfeinheit? Wat voor een Kampfeinheit? Ik ben ook gar niet... Gar niet zo vinden. So, ich fülle mal eben auf. Die Waffe. Warte. So, ich hoffe, die beruhigen sich jetzt mal so langsam. Was ist das hier? Emeril. Hier unten. Ernsthaft? Ne. Ganz hervorragend an Emeril haben wir hier unten. Guck mal einen an. So, jetzt haben wir da genug Eisen, denke ich mal. Obwohl, die können wir auch noch mitnehmen hier in die Klamotten kommen. La, 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 la. Ich zerstöre den ganzen Planeten. Nur weil ich Eisen brauche für meine Basis. Erstmal schöne Autobahn bauen. Elite-Einheit. Ernsthaft? Alter, da oben ist eine Elite-Einheit. Wir haben schon drei Sterne. Oh Gott. Höh, was? Was? Willst du mich verarschen? Alter, durch den Berg? Fick dich. Alter, durch den Berg. Fick dich. Wo ist der? Alter, fick dich. Durch den Berg. Wo ist der? Fick dich. Was hat der bei sich gehabt? Alter, fick dich, Inventar voll. Ich kack gerade auf dein Inventar. Was hat der bei sich? Dimensionale Matrix. Ähm. Will noch ein bisschen hier Eisen mitnehmen, wenn ich schon dabei bin. Juhu. Vielleicht kriegen wir noch eine... Vielleicht kriegen wir noch eine andere Einheit. Aber ich will es glaube ich auch nicht unbedingt... Ich will es auch nicht unbedingt riskieren. Aber wenn wir schon hier am Farmen sind, dann nehmen wir alles mitkommen. Können wir mehr wie drei Sterne? Was kommt denn bei vier Sterne? Gleich schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich nehme mal Eisen mit so viel, wie wir haben. Alter, wir haben vier Sterne. Oh Gott, es wird so fürchterlich. Oh Gott, ich habe Jankzellot und es ist was gleich kommt. Ich lade mal eben auf. Ich glaube, wir kriegen gleich richtig Ärger. Kann das sein? Oh. Vielleicht kommt so ein Riesen-Ocelot oder so. Und dann sind wir aber ganz schön am Popo. Ich übertreibe es auch gerade mit dem Eisen, muss man sagen. So. Oh Gott, irgendwas wartet oben auf uns. Ich will nicht wissen, was es ist. Da oben ist gar nichts, ne? Ne, ist hier Eisen. Ah, hier ist noch Eisen. Was war, haben wir? Was passiert denn, wenn die da oben vier oder fünf Sterne haben? Werden die Einheiten schwieriger? Ich farm hier mal ein bisschen. Das Spiel ruckelt auch gerade. Ich weiß nicht warum. Hallo Jungs, alles klar bei euch? So, ciao. Hör auf damit. Hör auf damit, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, du sollst aufhören. Ich habe gesagt, du sollst aufhören damit. So, immer noch vier, immer noch vier Sterne. Aber nicht mehr. Da hinten fliegt nur einer rum. Oder das ist, glaube ich, die Einheit, ne? Wird da einer deaktiviert, okay. Dann haben wir ja soweit alles. So, jetzt haben wir wieder Eisen. Das heißt, wir können nochmal hier Bodenplatten mäßig hier nochmal verlegen, alles. Und, ähm, wenn er, ah, wollte ich schon gerade sagen, warum knüpft er das nicht an? Hallo? Das mit dem Baumenü ist noch nicht so ganz ausgereift. So, da sind zwei Reihen, da sind auch zwei Reihen, ne? Okay, das reicht erstmal. So, dann haben wir soweit erstmal den Botaniker eigentlich soweit gut untergebracht, ne? Das heißt, wir müssen, die Container müssen sowieso weichen. Definitiv müssen die weichen. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir bauen hier auf der Seite dann, ähm... Wir müssen hier sowieso abbauen auch alles hier. So peu a peu alles. Wir haben ja die, wir haben ja die Typen. Wir können die ja immer wieder, immer wieder einstellen. Ja, ciao. So, du bist gefeuert. So. Das kann auch alles weg. Das soll ja dann alles im Botaniker-Garten. Aber ich kann mich entsinnen, dass es vor dem letzten Update definitiv... ...meine Ressourcen wiederbekommen hat, wenn man was abgebaut hat. Da bin ich... Habe ich doch gesagt. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Deine Mama ist inventarvoll. Ich weiß, viele werden mich hassen, dass ich jetzt das jetzt wegschmeiße, aber... Ähm... Wie inventarvoll. Alter! Keine freien Plätze im Schiffsinventar. So, jetzt reiße ich es ab und jetzt fahre ich eben mal den Wagen weg. Den packe ich mal eben irgendwo in der Garage. Die es noch nicht gibt. Das ist übrigens so ein Tuk-Tuk. Habe ich so genannt. Kann man übrigens auch umbenennen. So. Kann ich das jetzt abreißen, wenigstens alles hier? Oh, ich würde das so gerne abreißen. Es ist mir so egal. Ich schmeiße das jetzt alles weg hier, was wir nicht brauchen. Damit wir wenigstens ein bisschen Platz haben. Dimensionale Matrix. Begehrtes Gerät, oft bei galaktischem Markt gesehen. 15.000 Units bringt das. Warum nicht? Tamium, Tamium. Ich würde das gerne löschen hier. Okay, dann baue ich jetzt erstmal. So, warte. Raumstrukturen. Eine Hodor-Tür gibt es ja auch. Könnte man zum Beispiel auch bauen bei dem Dings hier. So. Die sollen aber, was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, dass die alle miteinander verbunden sind. Also die Basen. Also das dann oben irgendwie so ein Tummel, Tummel, so ein Tunnel drumherum führt, wo man dann alles dann irgendwie miteinander verbindet. So, trotzdem möchte ich aber jetzt erstmal hier jetzt den Typen haben mit seiner Werkstatt quasi. Ich möchte gerne als erstes erstmal den sein Gebäude bauen. Und es soll nicht farblich, soll es dann orange werden. Ja. Das fände ich ganz, das fände ich ganz schön. So. Der kriegt auch so eine, so eine Kurvenkuppel. Fände ich sogar... Hallo, kann ich das nicht drehen? Ich kann's, ich kann's nicht drehen. Keine Ahnung warum. Hm. Das Schlimme ist, wenn man baut, achtet man gar nicht so auf seine Lebenserhaltungsmaßnahmen, fällt mir gerade mal auf, ne? Es soll sich auf jeden Fall von dem Dings da hinten unterscheiden. Es soll anders aussehen. Pass auf, ich mach das nochmal anders. Flasher's nochmal eben. Ich hab's doch gerade gebaut, willst du mich verarschen? Hm. Okay, ich hab's glaube ich ein bisschen übertrieben mit dem Eis. Vielleicht nur ein bisschen. Vielleicht nur ein klein bisschen hab ich's damit übertrieben. Warte mal, mir fällt gerade was ein, wie ich das bauen könnte. Ich will das so bauen, dass man... Warte mal, wie haben wir denn das Teil hier, ne? Mit der Base hier. So, das soll dann... So, warte mal. Kann ich das ein bisschen drehen? Wieso kann ich das nicht drehen? What the fuck, wieso kann ich das nicht drehen? Wieso kann ich das... Hä? Ja, ja, ja. Pass auf, mach mal anders. Dann mach mal das anders. Wie weit komm ich da rein? Ich habe da so ne... So ne kleine Idee, wie ich das vorhabe. Genau, kommt man trotzdem noch an das Pult dran, ne? Genau. So. Muss mal eben kurz gucken, wie ich das mache. So, warte. Ist erstmal nur so ne grobe Idee, ne? Ja, ja, er friert gerade. Ich werd mal eben unsere Lebenserhaltungsmaßnahmen ein bisschen auffüllen. Damit wir nicht hier gleich wegsterben oder so. So, warte mal. Wie mach ich das denn jetzt? Mache ich das dann so mit Fensterscheiben? Dass man hier... Ach, hier kann ich gar keine Fensterscheiben bauen, oder wat? Okay. Die Frage ist, funktioniert das, wie ich mir das vorstelle? Weil ich habe vor, so ein bisschen hier so, das so... Dings zu machen. Warte mal, ich probier das mal anders. Ähm... Ich baue erstmal so grob, wie ich mir das grob vorstelle. Also, so, 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 so. Und dann soll hier... Ne, da kann man ja nicht bauen, aber man kann hier auch nicht bauen, sondern er ist da. So, damit ich erstmal das Konstrukt habe, ne? Das soll sich ja, wie gesagt, alles unterscheiden. Ne? Von jedem. Kann ich das jetzt alles löschen? Habe ich jetzt genug Platz im Inventar? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Oh, Gott sei Dank, unsere alte Base ist weg. Oh mein Gott, unsere alte Base ist weg. So, und hier soll dann quasi dann der Typ rein. Der soll dann hier so seine Werkstatt haben. Tralala, ne? Und hier soll dann so mal das Fahrzeug rufen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich probier das mal. Wahrscheinlich fällt das dann durchs... Ja. Ich werde mir dann mal eine Tür bauen, um mal zu gucken, ob das Fahrzeug da drin steht. Ähm. Ich brauche mal eben eine Tür. Hallo? Tür? War das hier mit der Tür? Ne, wo waren die Tür? Tür? Ich brauche eine Tür. Da, Tür. Und ich brauche eine Treppe. Tür?